Deutschland ist ein wirtschaftlich starkes Land. Folgerechtig ist es auch, dass der Staat, der Bund, die Länder, die Gemeinden gegenwärtig über sehr hohe Steuereinnahmen verfügen. Das bleibt auch so, denn unsere Wirtschaft wächst. Das Arbeitsplatzwachstum hält unverändert an. Allerdings wissen wir aus den Daten, dass das Wachstum etwas zurückgehen wird, was das Tempo verlangsamt und wir wissen, dass das natürlich auch dazu führen wird, dass die Steuereinnahmen nicht mehr ganz so zusätzlich sprudeln, wie man das in der Vergangenheit sich angewöhnt hat. Deshalb müssen wir eigentlich nur eins hinkriegen, nämlich ordentlich wirtschaften. Und wenn wir etwas Neues machen wollen, was ambitioniert ist und was dieses Land auch hinkriegen kann, dann muss an anderer Stelle dafür gesorgt werden, dass etwas weniger gemacht wird. Und wenn man also die richtigen Entscheidungen trifft, kann man mit dem vielen Geld, das uns unverändert zur Verfügung steht, sowohl einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen, als auch zum Beispiel dafür sorgen, dass Deutschland zusammenhält und ein soziales Land bleibt. Wir haben gerade eine große Steuerentlastung auf den Weg gebracht, 10 Milliarden Euro Entlastung für kleine und mittlere Einkommen und für Familien. Das wird sich dauerhaft auswirken und hat auch zum Jahresanfang fast jeder, der mal genau hingeschaut hat, schon sehen können. Dazu gehört übrigens auch eine Verbesserung beim Kindergeld. Und wir werden das so fortsetzen. Fest vereinbart ist, dass es schon zum Jahre 2021 eine Entscheidung geben wird, wonach dann 90 Prozent derjenigen, die heute den Soli zahlen, ihn nicht mehr zahlen müssen. Das wird nochmal 10 Milliarden Euro im Bundeshaushalt kosten. Ich halte das für eine richtige Entscheidung, weil sie die Bürgerinnen und Bürger entlastet. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, die Aufgaben für die Zukunft anzupacken. Ein ganz zentrales Thema dabei ist, wie stellen wir sicher, dass die SPD als eine Partei, als eine fortschrittliche Partei der Mitte dafür sorgen kann, dass unser Land besser zusammenhält. Da geht es um gute Löhne, etwa die Debatte über einen besseren Mindestlohn und über mehr Tarifbindung und ordentlichere Löhne. Da geht es um stabile Renten und was wir für diejenigen tun, die zwar wenig verdient haben, aber trotzdem immer ihr Leben lang sich angestrengt und gemüht haben. Und wie sind wir sicher, dass sie im Alter gut zurechtkommen? Da geht es natürlich auch um die Frage, wie man Familien besser stellen kann. Gerade hat die Bundesfamilienministerin ein Gesetz auf den Weg gebracht, wie Familien, die wenig verdienen, trotzdem ein besseres Auskommen haben durch ein höheres Kindergeld mit dem Starke-Familien-Gesetz. Und das gilt auch für andere Themen, die etwas mit dem Zurechtkommen in der Gesellschaft zu tun haben, etwa der Reduzierung von Gebühren für Krippen und Kitas, möglichst auf null, etwa mit der Frage des sozialen Wohnungsbaus und ausreichenden Maßnahmen, die da sich wichtig sind. Der Zusammenhalt muss neben wirtschaftlichen Erfolg und fortschrittlicher Investitionen in unsere Infrastruktur ganz zentral sein für die Zukunft unseres Landes. Und die SPD ist die Partei, die für diesen Zusammenhalt steht. Darauf werden wir aufsetzen. Ich bin sicher, dass wir als sozialdemokratische Partei einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Nicht erst seit kurzem schon sehr, sehr lange. Und dass das auch für die Zukunft wichtig sein wird. Es gibt viele Gesellschaften, in denen eine Partei, die für wirtschaftlichen Wohlstand, für gutes Regieren steht, die für die Gegenressentiments und für ein liberales Miteinander steht und gleichzeitig sozial ist, gar nicht existiert. Das ist sehr schlecht für diese Länder. Und deshalb wird es wichtig sein, dass die deutsche sozialdemokratische Partei ihren Beitrag leistet, ganz in der Tradition von Willy Brandt und Helmut Schmidt zum Beispiel. Vielen Dank.